Guten Morgen, mein Name ist Sophie Dorison und ich bin in der privaten Pflege. Hamburg ist die schönste Stadt der Welt für mich, weil Hamburg so vielseitig ist. Wir haben alles hier, es ist grün, es ist bunt. Hamburg ist einfach toll und ist die schönste Stadt, die ich bis jetzt kennenlernen durfte. Und jetzt wünsche ich Ihnen an diesem Tag, am Montag, den 20.05.2024, viel Spaß mit der Folge 167. Tschüss! Hamburg am Morgen. Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marzel Becker, der tägliche Podcast vom Abendglatt. Guten Morgen an diesem wunderbaren Tag. Für die meisten von uns heißt es heute noch mal Freizeit, entspannen, ausruhen. Für alle anderen, für alle, die arbeiten müssen, danke für euren Einsatz. Jetzt aber der Schwenk zu unserem Schwerpunktthema für heute. Wahrscheinlich ist es Ihnen, liebe Podcast-Freunde, in den letzten Tagen auch aufgefallen. Eigentlich kann es einem nicht entgehen. Wahlplakate. Sie sind wieder da. Und nicht nur für eine Wahl. Am 9. Juni wählen wir, beziehungsweise haben wir das demokratische Vorrecht, zweimal zu wählen. Einmal die Bezirkswahl hier in Hamburg und dann natürlich auch noch die Europawahl. Aber bringen diese Plakate überhaupt etwas? Sind diese Plakate handwerklich dazu geeignet, jemand in seiner Entscheidungsfindung zu beeinflussen? Oder ist das einfach alles nur Schrott, der da völlig umsonst da draußen unsere schöne Stadt verunstaltet? Wir checken mal ein paar Plakate auf ihre Wirkungskraft. Und zwar mit einem Mann, der von Kommunikation so richtig Ahnung hat. Ein Top-Experte, Christian Gummig von der Agentur Gummig Kommunikation. Und ich kann Ihnen sagen, der Mann liefert. Christian, willkommen im Amtlatt Podcast-Studio. Martin, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist für mich sehr spannend und aufregend. Ja, also ich bin auch sehr gespannt, weil dieses Thema Plakate, wie ist denn dein Zugang da eigentlich zu? Aus welcher Perspektive guckst du rauf? Naja, also inzwischen schaue ich primär aus professioneller Perspektive auf dieses Thema, weil ich mich seit 2011 eben auch beruflich mit politischer Kommunikation im weitesten Sinne beschäftige. Sag mal ein Beispiel. Also das schönste Beispiel war lustigerweise eine Wahlkampagne ohne Partei. Das war bei der Bundestagswahl 2017 eine Kampagne, die hier in Hamburg entstanden ist, aus dem Zusammenschluss von vielen Kommunikationsagenturen. Die hieß mit mir 90 Prozent. Und da ging es uns allen darum, die Wahlbeteiligung zu steigern. Das haben wir alle ehrenamtlich gemacht und haben da wirklich eine bundesweite große Kampagne in Kooperation mit ganz vielen Medienhäusern auf die Beine gestellt, von der wir uns bis heute einbilden, dass sie tatsächlich an der Wahlbeteiligung etwas... Wie war die Wahlbeteiligung denn damals? Ich weiß es nicht mehr. Sie waren definitiv nicht 90 Prozent, aber ich glaube, wir haben drei oder vier Prozent deutlich mehr gehabt als das, was wir uns alle gedacht haben. Und das haben wir natürlich alles auf unsere Kampagne geschoben. Ob es tatsächlich daran gelegen hat, weiß ich nicht. Wird geholfen haben. Total. So, ansonsten habe ich aber tatsächlich als Agentur für unterschiedliche Parteien, also ich habe ganz früher mal sogar für die Freien Wähler mal was gemacht, ganz viel für die CDU, aber auch für die SPD, für einzelne Kandidaten in verschiedenen Wahlkämpfen tatsächlich Wahlkampf gemacht. Also ich habe selber auch schon vor der Aufgabe gestanden, wie sehen Wahlplakate aus, wie produziert man die, was muss da drauf sein, habe es mehr oder weniger gut oder mehr oder weniger schlecht gemacht. Insofern ist meine Perspektive zurück zu deiner Ausgangsfrage tatsächlich am ehesten die professionelle. Ja und was ich wirklich sehr, sehr lustig finde, als du vorhin reingekommen bist ins Studio, hatte ich ja, was hat denn der für ein T-Shirt an, aber das ist auch ein Wahlkampf T-Shirt im Grunde. Ehrlich gesagt, das ist ein Gag, aber trotzdem. Also ich habe, ich muss das erklären, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das ja nicht sehen können, ich habe ein T-Shirt, ein graues T-Shirt, da steht Crack Siegler 2020 drauf und das ist ein fiktives Wahl-T-Shirt für ein fiktives President- and Vice-President-Team der US-Wahl 2020 und diese beiden Namen kennen. Ist angelehnt. Genau, die kennen aufmerksame Fernsehzuschauer vielleicht aus der besten Fernsehserie aller Zeiten, nämlich The West Wing, da waren das zwei tragende Charaktere und da ich ein glühender Fan dieser Polit-Serie bin, habe ich das irgendwann mal geschenkt bekommen. Ich dachte, das ist jetzt sehr, sehr lustig. Bevor wir uns jetzt mal so, natürlich nicht repräsentativ, wie soll das gehen, aber wir werden uns mal so ein paar Wahlplakate rauspicken und ich kann versprechen, wir kriegen immer sofort eine Rückmeldung von bestimmten Parteien, wenn wir sie vergessen sollten aus irgendeinem Grund, weil sie dann immer denken, wir würden sie mit Absicht weglassen. Kannst dir ja denken, unter anderem die AfD meldet sich mal. Ich kann versprechen, wir gucken natürlich aufs Plakat der AfD. Ich kann nicht versprechen, ob den Damen und Herren von der AfD deine Beurteilung gefällt. Wir gucken auch auf ein paar Parteien, die, sag ich mal, eigentlich unter dem Radar sind, die vielleicht manche eher als Comedy so abtun. Wir gucken natürlich auch auf die etablierten Parteien. Also da bin ich mal sehr gespannt und ich gehe jetzt mal in Vorleistung, Christian, und sag mal, von meiner Seite aus, ich habe versucht, für mich mal so ein paar Punkte aufzuschreiben, die, ich glaube, wichtig sind, wie so ein Plakat funktionieren sollte und du korrigierst mich gleich. Ich sag mal, erstens, die Botschaft muss hundertprozentig in wenigen Sekunden verständlich sein, korrekt? Absolut richtig. Wenn du überhaupt eine Botschaft hast oder die Botschaft entweder die Marke, also die Partei oder die Person ist. Also werden wir auch sehen, wenn wir gleich über einzelne Plakate sprechen. Wir haben, Entschuldige, wenn ich kurz abschweife, aber wir haben jetzt bei unserer anstehenden Wahl eine ganz lustige Situation, die sehr selten ist. Es gibt ja verschiedene Hierarchien quasi von Wahlen, die, ich sag jetzt mal flapsig, die weniger wichtigen und die ganz wichtigen oder die mit der größten Reichweite und der kleinsten Reichweite. Und hier in Hamburg haben wir es jetzt, die Wahl mit der größten Reichweite, nämlich die Europawahl, verbunden mit der Wahl mit der kleinsten Reichweite. Und die haben ganz unterschiedliche Ziele, ganz unterschiedliche Kommunikationsziele. Das eine ist so relativ amorph, das schwebt über allem, ist vielen Leuten noch nicht so ganz klar, was die EU eigentlich wirklich macht und was man dafür einen Einfluss haben kann, sehr abstrakt. Auf der Bezirksebene, es ist natürlich super konkret. Und das sind ganz unterschiedliche Ansätze. Für die Bezirkswahlen ist es übrigens prima, dass sie zusammen mit der Europawahl jetzt laufen. Die Wahlbeteiligung hoch. Denn das zieht die Wahlbeteiligung hoch. Die Europawahl ist jetzt auch nicht die beliebteste aller Wahlen, die wir in Deutschland haben, aber sie zieht auf jeden Fall mehr als eine Standalone-Bezirks-Versammlungswahl. Okay, wir haben Botschaft verständlich. Botschaft auf den Punkt, ich kann mir die Botschaft merken, würde ich sagen, muss auch ganz klar im Fokus des Machers sein. Definitiv. Okay, Lesbarkeit. Ja, naja, du lachst aber. Ganz seltsam, ich will mir das Plakat lesen. Also ich kann mich auch schon an Plakate damals noch erinnern, die wir für Radio Hamburg konzipiert haben. Und dann haben wir gesessen, zusammengesehen und haben gesagt, ja, das ist jetzt total kreativ, was wir uns da ausgedacht haben, aber was heißt denn das Wort da eigentlich? Ich kann das gar nicht lesen. Also von daher ist es nicht ganz unwichtig. Der Absender muss klar sein. Also wir haben hier zum Beispiel, ich habe hier ein lustiges Beispiel gefunden von einer der lustigen Parteien, Entschuldigung, das sage ich natürlich nicht. Es ist natürlich eine Partei, die auch wichtig ist, wie alle Parteien, die sich zur Wahl stellen. Und zwar ist das, ich verrate es vorab, weil ich weiß nicht, ob wir da noch tiefer drauf angehen, das ist die Tierschutzpartei, die sehr geschätzt ist, weil ich bin ein großer Tierfreund. Ich finde es toll, dass sich jemand darum kümmert. So, die hat hier eine sehr niedliche Kuh auf dem Plakat, auch gut, aha, es geht um Tiere. Und dann hat sie aber dort stehen, den Stimmlosen eine Stimme geben. Und ehrlich gesagt, eine Kuh empfinde ich nicht als stimmlos. Wenn ich eine Kuh sehe, dann denke ich sofort an ein Geräusch, nämlich eine Kuh, die muh macht. Aber so ist es nicht gemeint. Ja, so ist es nicht gemeint. Was sie machen möchte, ist den Tieren eine Stimme geben. Hätte ich besser gefunden, weil es A, knapper ist. Und zweitens, bei Tieren und Tierschutzpartei habe ich schon gleich eine Doppelung, da bin ich schon näher am Thema dran. Beim Stimmlosen denke ich, was ist denn ein Stimmloser eigentlich und warum ist da eine Kuh? Also ganz kleines Detail. Ja, das ist spannend. Das bedeutet ja im Umkehrschluss auch, in dem Moment, wo ich über ein Plakat nachdenke, ist es schon schlecht. Ich muss doch sofort wissen, was gemeint ist und sagen, finde ich gut oder schlecht. Aber in dem Moment, wo ich mir überlegen muss, was könnte das Plakat bedeuten, habe ich da schon verloren. Da habe ich auch aus der aktuellen Kampagne allerdings ein gutes Gegenbeispiel. Das ist, auch wenn ich uns vielleicht schon ein paar Orte verrate, eine der Kampagnen, die ich besonders gut finde. Das ist von der Partei Volt, eine relativ junge Partei, die auch so von Menschen aus gutem Hause gegründet wurde und eigentlich ein sehr vernünftiges und wenig ideologisches Programm vertritt. So empfinde ich die. Und die machen eine Kampagne, die ich sehr gut finde, weil die stellen Fragen, die nichts mit Politik zu tun haben und die sehr plakativ gestellt werden. Ich muss hier kurz rascheln, um mal kurz raus. Ein Motiv davon ist schlecht oder sie stellen Statements aus, die einen erstmal verwirren. Also die sind weiße, große Schrift, riesig, plakativ, auf dunkelblauem Untergrund und da steht, für mehr Eis. Ich habe bestimmt schon mal gesehen, wenn man durch die Stadt fährt. Die haben relativ früh angefangen zu... Ja, logisch. Ich habe auch gesehen, sei kein Arschloch von denen. Da komme ich gleich noch dazu. Das ist der einzige Ausreißer nach unten aus den Motiven, die die haben. Okay, okay, okay. Bin gespannt. So und für mehr Eis, ich habe das gesehen und habe es natürlich sofort gefragt, wie für mehr Eis, weil ich es nicht einordnen kann. Es ist nicht wie bei den Stimmlosen, wo ich einfach nur Unverständnis für das Wort habe, sondern wer ist denn da für mehr Eis? Ist das Langnese oder wer ist das? Und dann steht eben ganz noch immer halbwegs lesbar drunter, ich hatte es größer gemacht, deine Stimme für echte Klimapolitik gegen die Erderwärmung. Ah, alles klar. Und dann als einziges ein großes Volt-Logo, nichts weiter. Finde ich super. Und das hat mehreres. Erstmal, es verdichtet das auf eine Aufmerksamkeit. Es verdichtet das auf ein Thema. Es zieht mich rein und zwar so, dass ich in den drei Sekunden, die ich habe, um so ein Plakat anzugucken, mir diese Frage stellen kann und dann noch die Auflösung bekomme. Und was ich so wichtig finde, es hat ein bisschen Humor. Es ist ein bisschen nett. Es ist nicht so fürchterlich bierernst wie manche Plakate, die immer vom Weltuntergang geküsst scheinen. Das ist hier auch sehr sympathisch. Und wenn ich ein Underdog bin, muss ich ja eh auffallen und es anders machen, als sie etablieren. Also Lesbarkeit, Absender muss klar sein. Ich darf hinterher nicht überlegen, welche Partei war das eigentlich. Okay, sympathisch. Muss ein Plakat in irgendeiner Form bei mir ein bisschen Sympathiepunkte sammeln? Was ich eben jetzt schon erwähnt habe, sei kein Arschloch, was Volt da auch aufgeschrieben hat, das fand dich in dem Moment provokant, aber nicht unsympathisch. Jein. Also bei dem sei kein Arschloch bin ich tatsächlich etwas skeptisch. Das ist aus allen Motiven von Volt das, was ich wahrscheinlich selber nicht vorgeschlagen hätte. Weil man gewinnt damit wahrscheinlich wenig. Also dieses sei kein Arschloch Plakat richtet sich gegen ganz rechts. Das sind die Arschlöcher, die Volt da gefunden zu meinen scheint. Und ich glaube, dass in der eher bürgerlichen Klientel die Volt anspricht, dass da die ordinäre oder gar Fäkalsprache einen kleinen Ablehnungseffekt davor haben kann. Ist eine Vermutung. Ist eine Vermutung. Ist vielleicht auch nur mein persönliches Bauchgefühl. Aber das muss nicht sein. Aber wie gesagt, die Gesamtkampagne finde ich gut. Und mein letzter Punkt auf der Liste ist natürlich nicht vollständig. Aber wenn ich mir ein Plakat überlege und welche Punkte will ich beachten, steht bei mir noch drauf unterscheidbar. Klar. Also wenn man das beste Beispiel und wann immer wir eine Kampagne vorgestellt haben, also man als Agentur pitcht, wie man es da im Werbedeutsch sagt, man nimmt an Wettbewerben teil, wo ganz viele Agenturen dann einer Partei irgendwas vorstellen. Ein Chart, was wir natürlich immer zeigen, ist unser Entwurf im Kontext der anderen. Sprich, wir machen eine Plakatwand oder das ist natürlich keine echte, aber die wird so animiert oder so als Mock-up gebaut, dass sie aussieht wie eine echte Plakatwand. Und da kleben wir das von uns vorgeschlagene Plakat für unseren Kunden oder unseren Kunden in Spee neben alle anderen und gucken, fällt es auf oder nicht. Und wenn es nicht auffällt, ist es schlecht. Weil, na klar, gerade in Großstädten werden sehr häufig sehr viele Plakate auf sehr engen Raum nebeneinander, untereinander, übereinander aufgestellt und nehmen sich gegenseitig die Aufmerksamkeit weg. Und da ist ein Element, was hervorsticht, natürlich besonders. Besonders ist vor allem die Farbe. Nicht umsonst haben sich alle Parteien oder viele Parteien auch farblich sehr klar verortet, teilweise schon aus fast jahrhundertelanger Tradition. Also die SPD war immer rot. Das ist ein Riesenpfund, da eine Farbe, eine Signalfarbe zu haben. Am besten haben es natürlich die Grünen, die nicht nur die Farbe Grün als Farbe nutzen, sondern sogar noch in ihrem Namen tragen, wo es also eine doppelte Wahrnehmung ist. Also alles, was grün ist, wird automatisch denen zugeschrieben, selbst wenn eine andere Partei jetzt auf die wahrscheinlich schlechte Idee käme, auch grün als zentrale Farbe in ihren Plakaten zu benutzen, dann würde das wahrscheinlich eher den Grünen nützen als dieser Partei. Also Farbe ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal. Insofern finde ich zum Beispiel die Entscheidung der CDU, sich auf ein so sehr mildes, blau, leicht türkis jetzt einzuschießen. Die haben das ja vor einem Jahr oder so präsentiert, wurde hier von der Hamburger Agentur entworfen. Da gab es doch diese lustige Geschichte mit dem Georgischen Präsidentenpalast, den sie mit dem Bundestag verwechselt hatten. Deswegen ist die Vorstellung dieser Kampagne unfreiwillig etwas mit größerer Aufmerksamkeit betratet worden, als sie sich das vielleicht erhofft hatten. Aber ich finde, dass eine wenig offensive und wenig selbstbewusste Farbe, auch wenn ich verstehen kann, warum sich die CDU zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen absoften wollte. Aber da finde ich, haben sie so ein bisschen Bodenpreis gegeben. Das Orange, was sie vorher hatten, war ein bisschen prägnanter. Ursprünglich, man sprach ja von der CDU auch früher immer als die Schwarzen. Das lag auch daran, dass sie einfach diese Farbe offensiv eingesetzt haben. So in den 70er, 80ern war das immer noch die schwarze Partei. Ist inzwischen und in den gegenwärtigen Zeiten wahrscheinlich ein bisschen negativ konnotiert. Deswegen eine Renaissance ist da, glaube ich, nicht sinnvoll. Christian, jetzt haben wir schon ein paar Plakate aus der Praxis angesprochen, aber im Grunde haben wir es nur gestreift und wir haben viel über die Theorie gesprochen. Jetzt fang doch mal an und vielleicht von unten nach oben, vielleicht ein Plakat, von dem du sagst, also das gefällt mir wirklich nicht, weil... Bis wir nachher zu deinem Star-Plakat kommen. Womit würdest du anfangen? Wo sagst du, Leute, das kann nicht funktionieren? Das würde ich sehr gerne tun, wenn du mir vorher noch einen kleinen Exkurs erlaubst. Aber selbstverständlich, wir haben Zeit. Die große Frage ist ja nicht nur, was ist das beste Plakat oder das schlechteste oder was macht ein gutes Plakat aus, sondern warum nutzen wir Plakate überhaupt? Stimmt, gute Frage. Also der Kanzler hat vor zwei oder drei Wochen angekündigt, dass er jetzt bei TikTok vertreten sein möchte, warum auch immer. Und macht das seitdem, gibt digitale Medien und das Plakat ist ja quasi eine archaische Form, fast so wie die Litfaßsäule. Also etwas, was eigentlich aus der Frühzeit des Werbeschaffens stammt und sollte eigentlich überholt sein, denkt man. Aber es spielt in der politischen Kommunikation immer noch eine extrem große Rolle. Also ich habe mal versucht, ein paar aktuelle Zahlen zu finden, die changieren so zwischen 30 bis 50 Prozent der Aufmerksamkeit, die überhaupt für eine Partei generiert wird vor einer gegebenen Wahl, stammt aus der Plakatierung. Also das ist schon viel. Es hat aber, das ist vielleicht auch für deine Hörerinnen und Hörer ganz interessant, falls sie es nicht wissen sollten, es hat natürlich auch einen ganz konkreten Hintergrund, der auch wirtschaftlicher und organisatorischer Natur ist, weil die Parteien aus dem Grundgesetz und dem Parteiengesetz heraus ein Privileg genießen. Wenn du jetzt deinen Podcast auf einem solchen Straßenplakat bewerben wollen würdest und würdest das irgendwo an die Möckebergstraße stellen, dann käme relativ schnell die Gewerbeaufsicht oder das Ordnungsamt und würde sagen, weg damit, weil das ist eine öffentliche Fläche, die du da nutzt und dafür brauchst du eine Genehmigung, wenn du das tun möchtest. Nicht so die Parteien, die genießen einen Parteienprivileg und das erlaubt es ihnen. Sie müssen es auch anmelden, aber das darf nicht aus irgendeinem nicht sachlichen Grund verwehrt werden. Das erlaubt es ihnen in einem bestimmten Zeitraum vor Wahlen diese Dinger aufzustellen und zwar free of charge, ohne Kosten. Also wenn du dieselbe Fläche bezahlen müsstest beim Städtemöblierer wie Wall oder Deko oder so, wäre es unbezahlbar. Das kostet erstmal nichts. Natürlich müssen sie die Plakate produzieren, sie müssen sie drucken, sie müssen sie herstellen und sie können sie dann auch mit ihren eigenen Leuten dort anbringen. Also die Leute, die diese Plakate aufstellen und nach der Wahl wieder abbauen, das sind die Parteimitglieder. Das ist aber, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum diese ganz kleinen Parteien, diese etwas, wie wir manchmal despektierlich sagen, diese schrägen Parteien, sich die klassischen gebuchten Werbeflächen ja gar nicht leisten können, weil da gehen die Parteien ja tatsächlich dann an ihre Kasse und sagen, da kaufe ich mir Fläche. Oder ist die auch umsonst für die Parteien, die großen klassischen Werbeflächen, die nicht eben wild plakatiert auf der Straße stehen? Ne, die großen werden, also die, die kommerziell genutzt werden, die kommerziell angeboten werden, die man auch für, jetzt haben wir es eben schon, haben wir in Lagnese erwähnt, bleiben wir bei Lagnese, die von Lagnese gebucht werden, die müssen nicht freigegeben werden für Parteien. Einzige weitere Ausnahme in Medien, wo normalerweise Werbung Geld kostet, sind die Fernsehsender. Also da gibt es Sendezeit für Wahlwerbespots der Parteien, die müssen nur den Wahlwerbespot mitbringen und dann sind die Sender verpflichtet, das kostenfrei auszustrahlen. Die kleinen Parteien haben meistens ein anderes Problem. A, haben sie keine Kohle, das heißt, auch wenn Plakate drucken heute echt nicht mehr viel kostet, also es muss bezahlt werden und vor allem, sie haben keine Mitglieder, jedenfalls nicht viele. Und dann flächendeckend die Dinger aufzustellen, das ist einfach Arbeit. Also da muss man frühmorgens raus und dann da irgendwo hinfahren und mit Klebeband oder mit Kabelbinder die Dinger festmachen bei Wind und Wetter. Und wenn du nur fünf Mitglieder hast, als, was haben wir hier auf der Liste, als, es gibt eine PDF-Partei, habe ich gelernt. Ich dachte immer, das sei ein Detailformat, aber es gibt eine PDF-Partei. Also die PDF-Partei hat wahrscheinlich in Hamburg nicht so viele Mitglieder, also können die auch nicht so viele Plakate geben. So, okay, das habe ich jetzt verstanden. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Vorab-Info nochmal gewesen. Aber jetzt musst du tatsächlich mal dir eins rauspicken und sagen, nee Leute, meiner Meinung nach, ich als Experte sage, das solltet ihr beim nächsten Mal anders machen. Das Interessante ist, alle, die mir hier vorliegen, und das sind überwiegend, wenn ich das richtig gesehen habe, solche für die Europawahl. Weil es sind ein, zwei dabei, glaube ich, die zur Bezirkswahl gehören. Na gut, wir waren schon mal, da habe ich die Pointe schon ein bisschen vorweggenommen. Ich hatte eben schon die Tierschutzpartei genannt. Die hat das eine mit dem Stäfchen, genau, den Stimmlosen eine wahre Stimme geben. Das finde ich ansonsten gar nicht schlecht. Das hat so ein bisschen krudes Layout. Die Farben könnten auch FDP sein, weil es sehr viel Gelb hat. Aber was die ansonsten drauf haben, ist zum Beispiel ein sogenannter Call to Action, also die Aufforderung, etwas zu tun. Wenn die Leute so ein Plakat sehen, wissen sie ja, sie ahnen es vielleicht, aber sie wissen nicht, dass es ein Wahlplakat ist, automatisch. Und sie wissen vielleicht nicht, was für eine Wahl ist das, ist es überhaupt eine Wahl und wann ist die. Und die ganz unaufmerksam wissen vielleicht auch gar nicht, was sie bei einer Wahl tun sollen. Deswegen finde ich dieses typische Kreuzsymbol, was ja so das Sündenbild jeder Wahl ist, die Metapher für alles, wenn man das draufpackt auf dem Plakat, ist man immer auf der richtigen Seite. Dann aha, dann wissen auch die Dümmsten, da geht es wohl um eine Wahl. Das haben die hier. Der Rest ist aber so kleinteilig und mit nicht lesbaren, kleineren Slogans zuplakatiert, dass ich befürchte, auf diesem Plakat findet etwas statt, was häufig falsch gemacht wird, einfach eine Überinformation. Da ist einfach zu viel drauf und zu viel Farbe und zu viel Logo. Ja, da steht Partei, Mensch, Umwelt, Tierschutz, dann gibt es noch ein Regenbogen. Und dann steht drunter aber nochmal Tierschutzpartei, welche ist es denn nun? Und dann die Verwirrung mit diesem Begriff Stimmlosen, das gefällt mir persönlich nicht gut. Ich glaube, das ist nicht effizient. Es gibt noch ein zweites Motiv, was wir hier haben. Das zeigt einen, also das sieht fast aus wie WordArt, also es ist jedenfalls erste Stufe Photoshop. Da habe ich gedacht, sag mal, mit ChatGBT kriege ich das doch besser hin. Ja, total. Alter, das sieht so fotomontiert aus, das ist ganz schlimm. Ein Eisbär, der, was ist das da im Hintergrund? Es sieht so aus, als würde er vor einer Vulkaninsel, einer tropischen Vulkaninsel schwimmen. Ich weiß, was Sie meinen, natürlich weiß ich das, aber es sieht einfach lächerlich aus. Konsequenter Klimaschutz jetzt. So, ja, also das ist einfach handwerklich so leihenhaft gemacht, dass ich mich da schon fragen muss, okay, wenn ihr schon eure Plakate so leihenhaft macht und das so zusammengefrickelt aussieht. Und das muss heutzutage nicht mehr so sein. Du hast gesagt, Plakate drucken ist schon mal billig, aber die ganze Technik, Software, die dahinter steht für Bildbearbeitung und so, mittlerweile kann das ja eigentlich ein Fünfjähriger. Das Erstaunliche ist, dass sogar ich das inzwischen kann und ich bin nur da für, ich habe mir das in den letzten anderthalb Jahren beigebracht, sehr viel selber zu machen und staune über mich selbst, weil ich das für mich auch immer für völlig undenkbar gehalten habe. Christian, darf ich dir ein Plakat jetzt auch mal vorhalten, sozusagen, du hast hier das gleiche ausgepickt, und zwar aus folgendem Grund, weil das finde ich auch schlecht, ohne dass ich jetzt der Partei irgendwie was dazu sagen will. Also das ist nicht mal ein politischer Standpunkt. Es ist ein oranger Balken oben mit einer Sonne, die so Hand, also die hätte ich jetzt auch noch zeichnen können, so Striche, einen Kreis und mit ein paar Strichen. Und ich habe zuerst, als ich drauf geguckt habe, gedacht, das wäre ein Plakat für den Urlaub, weil es steht, es ist noch jemand drauf. Ab in den Urlaub. Ja, ich dachte, das wäre Schau ins Land oder ab in den Urlaub. Bei mir war es Sonnenklar-TV, also ein Shopping-TV für Reisen. Weil da ist noch einer drauf, der könnte auch im Allgäu stehen, ein Mann mit einem Fernglas. Und der guckt so schön in die Weite. Aber es ist der Spruch drauf, europäische Außengrenzen schützen, also es soll wahrscheinlich ein Armee-T-Shirt sein, was er anhat. Freie Wähler steht oben drüber, starkes Deutschland in Europa. Also da komme ich zu meinem Ausgangspunkt, da hätte ich gesagt, das habe ich verwechselt, das habe ich nicht gerafft gleich. Und ich weiß auch nicht, ob ich den Freien Wähler wirklich einen effektiven Schutz unserer Außengrenzen zutraue. Absolut, das war auch meine zweite Auswahl unter eher nicht so gelungenen Plakaten, um es etwas vorsichtig zu sagen. Also A, Teleshopping-Logo. Sie machen aber immerhin eine Sache richtig, die viele falsch machen, das Logo ist oben. Das Logo ist oben rechts. Das ist so ein kleines Detail, aber denk mal dran, wie diese Plakate stehen und zu welcher Jahreszeit sie vielleicht stehen. Jetzt haben wir Sommer, da ist es nicht ganz so schlimm. Aber die stehen am Straßenrand. Und wenn die Leute keine Leitern dabei haben, dann können sie die auch nicht an Laternen hängen, sodass sie in zwei Meter Höhe hängen, sondern stehen die auf dem Boden. Und wenn Verdi gerade mal wieder zum Generalstack aufgerufen hat und das Gras seitens der Straßen nicht gemäht wird, und das kommt ja häufig vor, dann steht das Logo im Gras. Dann sieht man es nicht. Und im Winter, ab und zu schneit es noch, kann es sein, dass es schneit. Und dann ist ein Logo, was unten ist auf einem Wahlplakat, nicht zu sehen. Christian, wie lange habe ich denn theoretisch Zeit, überhaupt ein Plakat im Auto, wenn ich da vorbeifahre? Noch nicht, wenn ich an der Ampel stehe, vorbeifahre, wahrzunehmen. Wie viel Zeit habe ich im Kopf? Also man geht immer so von zwei bis drei Sekunden aus. Das ist ja schlimmer als bei TikTok. Ja, ja klar, man hat natürlich, man darf natürlich nicht vergessen, wenn dich, wie zum Beispiel die Volt-Kampagne, wenn dich das kriegt und du dieselbe Strecke, was du ja meistens machst im Auto oder viele Leute mit dem Bus oder mit dem Auto mehrfach fährst, dann achtest du beim nächsten Mal aufmerksamer drauf. Also du siehst es ja immer wieder, du siehst es ja fünf, sechs Wochen, also maximal, während es da steht. Aber beim Erstkontakt zwei bis drei Sekunden und in der Zeit musst du irgendwie, musst du so viel wie möglich wahrnehmen und idealerweise den Absender verstehen. Und weißt du, was wirklich verrückt ist? Früher hätten wir ja wahrscheinlich an der Stelle gesagt, naja, und wenn du an der Ampel stehst, dann hast du natürlich die entsprechende Ampelfase. Mittlerweile ist dir jetzt nicht auch mal aufgefallen, wie viele Leute an der Ampel auch schon nur mit dem Handy spielen und nicht mehr gucken, sondern nur noch aus dem Augenwinkel das Handy so halten, dass sie sehen, ob die Ampel grün wird. Selbst da geht ja den Wahlplakaten Aufmerksamkeitsspanne verloren mittlerweile. Das stimmt total, aber das habe ich eben vergessen, weil mein Plädoyer, warum das Wahlplakat immer noch eine gute Idee ist. Du kannst im Handy einen Adblocker einstellen, du kannst beim Fernsehen wegzappen, du kannst in der Zeitung eine Werbung, die dich nicht interessiert, überblättern. In der Außenwerbung oder neudeutsch in der Out-of-Home-Werbung kannst du das nicht. Ich bin extrem großer Freund von Out-of-Home-Werbung, weil du die wirst sie nicht los. Wenn die Leute an der Ampel stehen und da guckt dich an die Grote an, dann kannst du den nicht wegklicken, auch so, wenn du es möchtest. Der ist dann so lange da, bis es grün wird und dann kannst du weiterfahren. Den nimmst du in jedem Fall wahr und das ist ein charmanter Vorteil. Okay, gut. Das nächste Plakat. Ich würde hier das gerne noch bei den Freien Wählern. Was du weggelassen hast, ist bei europäische Außengrenzen schützen, das steht weiß auf blauem Untergrund und ohne ein Satzzeichen. Jetzt weiß man aufgrund des fehlenden Satzzeichens, was die überhaupt meinen. Ist das ein Aufruf? Ihr sollt die europäischen Außengrenzen schützen. Selbst als Wähler. Ausrufezeichen. Oder wir wollen das tun, das ist unser Call to Action. Oder sagen wir, die europäischen Außengrenzen schützen uns. Ist jetzt vielleicht ein bisschen spitz, finde ich, aber mit einem Satzzeichen. Ich empfehle sehr die Benutzung von Satzzeichen, weil die haben schon eine Funktion. Lehre das klarer. So sieht das aus, als es sieht unfertig aus. So und drunter steht, haben wir noch vergessen, starkes Deutschland in Europa. Inzwischen muss man vorsichtig sein. Alles, was man im Zusammenhang mit Deutschland sagt, dass man das auch hinterher so vertritt, wie man es meint. Zu dem Typen übrigens, du hast vollkommen recht, der sieht nicht aus wie ein Außengrenzenschützer, sondern der sieht aus wie ein Ornithologe, der bei schönem Wetter gerade ein paar Zeising betrachtet. Also da ist eine Textbildschere, die auch nicht so richtig aufgelöst wird. Kommen wir mal zu Klakaten, wo du sagst, das ist schon besser, ist noch nicht richtig gut, aber besser. Ja, okay, Mittelfeld ist für mich klar die CDU, denn die sind, auf der einen Seite tun sie keinem weh. Ja, die haben ja auch eine gewisse Macht. Also wenn du ein CDU-Plakat siehst und da steht groß CDU drauf, dann ist das ja schon mal etwas. Ein Teil der Botschaft. Das ist ein Teil der Botschaft. Du weißt, die gibt es noch, das ist gut. Du weißt, dass die groß sind, du musst da nicht viel erklären. Also die CDU, die ist bei allen durchgeholt, wie die SPD, wie die Grünen, die FDP wahrscheinlich auch. Also die Big Four sind einfach bekannt. Also deswegen musst du nicht sagen, hallo, wir sind die CDU, wir machen übrigens politisch. Das weiß man. Und die CDU hat auch eine Tradition, dass sie versucht mit großen, klaren politischen Statements auf ihre Plakate zu gehen. Und das tun sie hier. Und das machen sie hier mit einem Slogan, den ich hier habe, Wohlstand braucht ihre Stimme. Klar, typischer CDU-Satz. Und dann wird das Ganze, also oben ist das Logo, dann wird das Ganze unten rechts abgebunden mit dem stilisierten Kranz an Sternen für das europäische Logo. Und dann steht da in Freiheit, in Sicherheit in Europa. Ist okay. Haut mich nicht vom Hocker. Aber passt. Aber passt. Und ich glaube, momentan will ich auch gar nicht so sehr vom Hocker gerissen werden. Das sagt mir, es ist verlässlich. Wohlstand ist auch so eine typische CDU-Thematik. Ich weiß nicht, wie die anderen alle aussehen, aber die werden so drei, vier Kernthemen haben auf ihren Plakaten. Und da fühle ich mich insofern abgeholt, okay, bei der CDU ist noch alles in Ordnung. Die machen genau das, was sie sonst so immer auch machen. Was ich übrigens auch auffällig finde über alle, du musst mich stoppen, wenn ich zu viel rede. Nee, im Gegenteil, ich hänge an deinen Lippen sozusagen. Ich hoffe, die höre auch. Es gibt so eine krasse Plattitüde, die also jedenfalls in den 12, 13 Jahren, die ich mich mit Wahlkampf und Wahlkämpfen und politischer Kommunikation beschäftige, immer wieder kommt. Und die ich hasse wie die Pest, aber sie wird immer wieder von allen Parteien. Nicht tot zu kriegen. Sie ist nicht tot zu kriegen. Und die taucht diesmal, jedenfalls habe ich sie noch nicht gesehen, überhaupt nicht auf. Das ist echt interessant. Dieser Satz, und das sind nur zwei Worte, der heißt Zukunft gestalten. Wir wollen die Zukunft gestalten. Die Zukunft gestalten mit der SPD, CDU gestaltet Zukunft, XY gestaltet Zukunft. Das ist in jeder verdammten Wahl. Und es ist etwas, was so alles oder nichts sagt. Ich glaube aber, es gibt einen Grund, warum das momentan keiner tut. Also es ist eine reine Vermutung. Weil die Zukunft so ungewiss ist? Exakt, weil die Zukunft gerade echt einen strengen Geruch hat. Was ist die Zukunft? Die Zukunft ist der verdammte Klimawandel. Die Zukunft ist militärische Unsicherheit. Die Zukunft ist, was ist passiert in der Ukraine. Die Zukunft ist, wie sieht unsere Rente aus? Wie sind die Sozialsysteme? Zukunft ist irgendwie gerade nicht sexy. Und ich kann mir gut vorstellen, also gerade die CDU-Freunde sind immer gern dabei, wenn es um Zukunft gestalten geht, dass die auch wieder vielleicht in einer Sitzung da saßen und wir müssen noch irgendwas mit Zukunft gestalten machen. Und dann haben die gedacht, ah, ich fühle mich irgendwie nicht so wohl gerade mit Zukunft, lass mal lieber Gegenwart. Kann ich mir gut vorstellen, dass das der Fall war. Sag mal, ein Plakat, das wäre für mich eigentlich, eigentlich ist es schlecht, aber vom Tenor, was es mir eigentlich bringen soll als Ergebnis, wenn das eintreten würde, ist es für mich mindestens in der Mitte, wenn nicht sogar spitze. Unbegrenzt langes Leben für alle. Die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung, ist mir hier in Hamburg tatsächlich an der Ampel untergekommen. Das finde ich schon, also erstens habe ich selten ein Plakat gesehen, auf dem so viel Text steht. Unbegrenztes langes Leben für alle. Für schnellere Entwicklung, das steht schon klein gedruckt, für schnellere Entwicklung von Medizin, mit der Menschen tausende Jahre, also nicht hunderte Jahre, tausende Jahre gesund leben können. Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung. Und die haben auch eine Webseite, die heißt verjüngungsforschung.de, hatte ich vorher noch nie gehört. Ich auch nicht. Das könnte jetzt mal, das könnte auch irgendeine Sekte oder eine Religion sein, die mir das ewige Leben verspricht sozusagen. Aber das ist doch schon, so viel Text auf einmal auf dem Plakat ist doch, ist das jetzt schlau oder eher, da bin ich ja schon alt, wenn ich am Ende des Textes angekommen bin. Also lustigerweise hat mir meine Freundin vor ein paar Tagen ein anderes Plakat, ich habe den Inhalt schon wieder vergessen, aber der war genauso ausführlich von den Kollegen hier der Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung mitgeteilt und geschickt per WhatsApp, weil sie sich darüber amüsiert hat. Also wenn ich Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung heiße, dann müsste ich realistischerweise davon ausgehen, dass die meisten Menschen nicht wissen, dass es die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung gibt. Und ich würde auch ernsthaft mal darüber nachdenken, ob es nicht eine Abkürzung gibt, die vielleicht ein bisschen knackiger ist. Ja, aber wenn mich noch keiner kennt, hilft ja eine Abkürzung eigentlich nicht, oder? Ja, aber das ist bei anderen Parteien ja auch Volt, ist ja auch etwas, was keine... Ist das auch eine Abkürzung? Nö, das ist keine Abkürzung, aber es ist ein Generikum. Also es ist ja keine, es ist ja nicht sowas wie christlich-demokratische Union oder so. Und dann diese Forderung des unbegrenzt langen Lebens für alle, kann ich mir vorstellen, ist auch nicht jedermanns Traum. Also ich glaube, das wirft auch mehr Fragen auf, als dass man da sofort Hurra schreit. Und es ist eindeutig eine Spinnerforderung. Also praktisch würde ich sagen, das wird innerhalb einer Legislaturperiode wahrscheinlich relativ schwer umzusetzen. Deswegen möchte ich doch eher ein paar Kurzfristthemen angehen, die nicht gleich für tausend Jahre halten müssen. Mit tausendjährigen Prognosen haben wir schlechte Erfahrungen gemacht in Deutschland. Also ich finde es nicht geglückt und es steht auch viel zu viel Zeug drauf. Immerhin, sie haben die Wahlaufforderung, wähle uns und das kreut. Okay, jetzt kommen wir mal zu denen, die dir gefallen, wo du sagst, Leute, da habt ihr einen guten Job gemacht. Also ich finde noch eine zwischendurch, nur ganz kurz, das heißt, dass wir die nicht erwähnen. Ich habe ja auch ein AfD-Plakat und da habe ich rein technisch ein paar Sachen, die ich gut finde. Oder was heißt jedenfalls nicht schlecht. Da sieht man oben eine Friedenstaube. Dann steht Friedenschützen als großer Slogan. Das könnte auch, das steht übrigens nahezu wortgleich bei der SPD auch. Könnte auch bei der CDU stehen. Daneben ist eine deutsche Flagge, meinetwegen. Unten steht Europa, neu denken. Alles klar, man weiß, es geht halbwegs um Europa. Und dann ist unten rechts das AfD-Logo. Und die haben ja ihre Farbe inzwischen auch halbwegs etabliert. Also dieses Blau ist ja inzwischen denen auch zuzuordnen. Und nicht zu viel Text. Und nicht zu viel Text. Und dann haben sie oben rechts, was übrigens kaum jemand hat, aber das kommt noch. Weil das macht man typischerweise erst relativ kurz vor der Wahl einen sogenannten Störer. Also da ist noch so ein Aufkleber. Und da steht dann drauf am 9.6. AfD. Also das gehe ich davon aus, dass viele andere das auch noch machen. Was sie haben, dieses Bild der Friedenstaube, das sieht so ein bisschen aus wie bei JetGPT oder bei einem anderen KI-Programm gebaut. Und es sieht leider auch nicht realistisch aus. Also es gibt so viele Stockfoto-Datenbanken, wo man für wirklich kleines Geld professionelle Fotos bekommen kann. Da gibt es auch Fotos von Friedenstauben. Da würde ich schon mal eins nehmen, was irgendwie echt ist. Und die AfD plakatiert auch noch freie Fahrt für Verbrenner. Mit Ausrufezeichen übrigens. Da haben sie das Ausrufezeichen, was sie mir gewünscht hat. Da haben sie das Ausrufezeichen. Also mal unabhängig davon, um welche Partei es sich handelt. Ich finde diesen Ansatz der AfD, den sie ja schon immer haben, so sehr bold zu sein. Sehr geradlinig und unmittelbar. Und in ihrem ganzen Auftreten eher so ein bisschen muffig. Also das ist alles nicht designig. Aber es tut auch niemandem weh, finde ich. Das passt zu dieser Partei. Und deren Klientel ist, glaube ich, besonders stark geneigt, sich einfachen Forderungen oder einfachen Nachrichten anzuschließen. Und das unterstützen sie damit. Sie kleben ihr Logo groß drauf. Und von daher erfüllt das wahrscheinlich für deren Klientel ihre Wirkung. Ist es schön? Ist es originell? Hat es irgendwas Neues? Nein, natürlich nicht. Aber muss es ja auch nicht immer sein. Habe ich ja jetzt auch bei dir gelernt. Aber jetzt kommt The Winner Race. Ja, der Winner. Oder die Gewinner. Vielleicht sind es ja auch mehr. Also wir müssen noch die, also wir müssen zwei noch, die für mich auf den Plätzen sind. Obwohl, ich bin noch unentschlossen. Aber also SPD ist Business as usual. Die machen, das ist ja hier auch eine Hamburger Agentur, die das macht. Die hat das brillant gemacht bei der letzten Bundestagswahl. Sie hat es vor allem deshalb brillant gemacht, weil sie zum richtigen Zeitpunkt gemerkt hat, oh Gott, oh Gott, wir müssen uns nochmal ein bisschen verändern. Wir können nicht so viel auf Inhalte machen. Wir kleben jetzt nur noch Herrn Scholz auf die Plakate. Und das hat wunderbar funktioniert damals. Das tun sie jetzt auch noch, taucht jetzt also mit Frau Barley auf. Ich weiß nicht, ob er jetzt immer noch so für Euphorie-Stürme sorgt. Aber das Prinzip ist eigentlich gleich geblieben. Das Layout ist gut. Der Typo ist gut. Die Farbe ist da. Es hat den Wiedererkennungswert. Also das ist eine weiterhin sehr solide und gute Kampagne. Das sollte erwähnt werden. Kurzer Exkurs noch zur FDP. Die machen hier in Hamburg zwei Dinge. Zum einen haben sie so ein etwas staatstragenderes Europawahlplakat. Aber interessant ist das, was sie für die Bezirkswahl machen. Ich habe als vor ein paar Jahren die FDP mit dieser neuen bunten CI rauskam, wo sie gesagt haben, das ist jetzt auf Dauer und auf wirklich einen längeren Zeitraum, dasselbe, meint dasselbe, angelegt unser Erscheinungsbild der FDP. Damit arbeiten wir. Dachte ich, das ist eine gute Idee. Das ist stark. Das hat sich auch abgegrenzt. Das sah halbwegs modern aus, sozusagen frische Farben. Ich finde, es hat sich inzwischen ein wenig abgenutzt. Also so ein kleines Rebrush könnte erfolgen. Aber was sie jetzt hier auf der Bezirksebene machen, finde ich sehr gut. Nämlich da setzen sie ihre Leute in den Vordergrund. Also da gehen sie klar, müssen sie ja auch, weil da geht es nicht um die großen politischen Fragen, sondern ehrlich gesagt um die Frage, wer macht es. Und die beantworten sie. In denen sie nämlich sagen, Blume macht es, habe ich gesehen heute auf dem WK. Timo Fischer macht es. Timo Fischer macht es. Also spricht mit Namen des Kandidaten groß und der macht es. Aber was macht er denn? Gute Frage, fragt sich der Betrachter auch. Ich weiß nicht, ob es ehrlich gesagt noch klein drunter steht. Aber ich finde das ganz charmant und ich finde es vor allen Dingen ganz charmant, dass er tatsächlich, dass da in dieser ja doch auch so ein bisschen als abgehobenen, distanzierten FDP oder diese typischen Schwarz-Weiß-Bilder, die sie immer haben, die so sehr künstlerisch so Anton Corbyn-mäßig sind. Das ist ja doch sehr entfremdet. Und diese Bilder sind farbig, die sind fröhlich, das sind echte Menschen. Vermutet man bei der FDP nicht immer so. Von daher finde ich das ganz okay. Ja und immerhin nicht im Feinripp-Unterhemd wie Christian Lindner mal. Ja, das stimmt. Das war eine Doppelironie, die glaube ich aber auch nicht so gut funktioniert hat. So, dann kommen wir zu einem Plakat oder den Plakaten. Sind wir jetzt schon bei der oberen Kategorie? Ja, wir kratzen dran. Also, ich finde die Plakate, die Optik, die ganze Aufteilung, die ganze Ansprache der Grünen grundsätzlich sehr, sehr gut. Also, ich hatte es ja schon gesagt, die Grünen haben den großen Vorteil, dass sie quasi Parteiname und optische Erscheinung in einem verbinden. Also, das Thema ist grün, die Farbe ist grün, der Name ist grün. Und das konterkarieren sie mit der allseits bekannten Sonnenblume. Die steht auch hier ganz zentral drauf. Und wenn man die schon sieht, weiß man schon, es ist die Grünen. Das ist einfach gelernst, toll. Und dann steht da weiß auf so einem dunkelgrünen Klimaschützenpunkt, Wirtschaftsstärkenpunkt. Und man sieht eine relativ junge Frau mit einem Bauarbeiterhelm, die auf irgendwas sitzt wie ein Dach mit Solarpanelen und ein iPad in der Hand hält. Und dann kommt der Claim, den sie offensichtlich haben, machen, was zählt. Und dann steht noch ganz klein unten links grüne.de. Erfüllt für deren Klientel absolut seinen Zweck. Für alle anderen auch. Ist sympathisch, ist professionell gemacht. Ist ausnahmsweise auch ein gutes Foto, ist ein richtiges Foto. Ist nicht überraschend, weil das machen sie schon eine ganze Weile so. Aber ist einfach gut. Ist einfach solide gearbeitet und einfach gut gemacht. So, dann komme ich jetzt zu den Zweien, die mir tatsächlich... Also die Parteien müssen sich jetzt auch einen Trommelwirbel vorlegen. Jetzt sind sie natürlich alle gespannt. Ich finde die einfach interessant, dass sie herausstechen. Das eine ist tatsächlich die Linke. Die Linke hat sich ganz offensichtlich ein neues Design gegeben, eine neue Erscheinung. Und da sieht man jetzt also ein Plakat, das hängt offensichtlich hier unten an der Hafenstraße. Und da steht oben erstmal ein neues Logo, die Linke und dann Hamburg Mitte auf einem lilafarbenen Untergrund. Und dann die Linke auf Rot. Und dann ist das so... Es sieht eigentlich so ein bisschen aus wie eine Mischung aus einer Tageszeitungstitelseite und einem Flugblatt. Aber es ist schick. Es ist gut gelayoutet, hat eine gute Aufteilung. Dann steht irgendwie vorwärts St. Pauli, unser Kandidat für den und den Wahlkreis mit einem Namen. Und unten ist dann noch so ein Symbol für eine Wahlurne und ein kleiner Text, den ich jetzt hier nicht lesen kann. Und der Typ ist natürlich so ein typischer... Also wenn ich für die Linke, für St. Pauli einen aufstellen müsste, rein nach Optik, dann würde ich den natürlich auch aufstellen, weil der sieht so ein bisschen aus wie Sascha Lobo. Ja, ein kleiner Punk. Ja, so ein Altpunk, der schon ein bisschen weiser geworden ist. Also der ist ab und zu auch mal nüchtern sich mit Dingen betrachtet, beschäftigt. Also für die Klientel, die die Linke anspricht, sicherlich wählbar. Und mir sind die schon im Startbild aufgefallen, weil die einfach anders aussehen. Weil die einfach ein Layout haben, was aus einer anderen Schule zu kommen scheint, als aus der klassischen Plakatmacherschule. Sondern das sieht so ein bisschen, könnte auch was Künstlerisches sein. Das ist für die Klientel genau richtig. So, das ist das eine, was mir positiv aufgefallen ist. Und das zweite, was mir positiv aufgefallen ist, Und das ist jetzt vielleicht tatsächlich ein bisschen überraschend. Da gilt ein ähnliches Prinzip wie bei den Grünen. Die Grünen haben ihre Farbe und ihre Blume und ihr Thema als Produkt. Und das steht im Fokus. Und es gibt eine andere Partei, die hat sich selbst als Produkt im Fokus. Und das ist das Bündnis Sarah-Wagenknecht. Deren Produkt ist sie. Was die Leute dort wählen, ist sie. Und was haben sie demzufolge ganz konsequent auf ihrem Plakat? Die Sarah. So, die Sarah. Und darunter steht dann, also das Foto von Sarah ist ein sehr, sehr gutes Foto. Das hat ein vernünftiger Fotograf gemacht. Das ist vernünftig ausgeleuchtet. Sie sieht ja auch passabel aus. Sie hat sogar so den Anflug eines Lächelns. Auch nicht immer der Fall bei ihr. Und sie sieht einfach so aus, dass sie dich anspricht und sagt, ach ja, guck. Oben rechts, oben rechts haben wir gelernt, ist gut, steht Bündnis Sarah-Wagenknecht. Dann ist hier so ein kleines Kreuz, ihre Stimme für BSW. Und dann sind da drunter in einem roten Kasten, der so einen Verlauf hat von hellrot zu dunkelrot und lila, sind so Slogans. Also hier auf dem, was ich habe, steht Maulkorb oder Meinung-Fragezeichen. Also sie versucht auch, den Betrachter dieses Plakats zu involvieren, indem sie eine Frage stellt. Und was sagt man, wenn man Maulkorb oder Meinung gefragt wird? Die wenigsten Antworten mit Maulkorb. Also sagt man Meinung, Assoziation, das ist die Partei Sarah-Wagenknecht. Nicht blöd. Und darunter steht dann, sie haben jetzt die Wahl. Ich finde das Plakat wirklich gut. Und wenn ich nicht wüsste, dass das Bündnis Sarah-Wagenknecht ist, wäre das, wäre meine Vermutung, dass es ein CDU-Plakat. Nur mit anderen Farben. Und ich habe noch eine kleine, und dann sind wir glaube ich mit der Kritik der Plakate auch so weit durch. Ich habe noch eine kleine Beobachtung, die ich wahnsinnig komisch finde. Vielleicht ist sie aber auch falsch. Wir haben ja schon über die Farben gesprochen, wofür die stehen und wie manche Parteien über Farben versuchen, sich erkennbar zu machen. Und sowohl bei der Linken, aber vor allen Dingen bei Sarah-Wagenknecht fällt mir auf, dass die versuchen offensichtlich mit ihrer Farbe so eine etwas breitere Spreizung hinzubekommen. Also die klassische linke Farbe Rot, das ist so der Ausgangspunkt, aber dann meandert die in der Gestaltung so ins lilafarbene. Und lila ist so etwas, das ist für mich so eine Farbe, das ist so ein bisschen so eine, so Bartik-Klamotten, es ist so ein bisschen Esoterik. Und ich habe heute Morgen meine Freundin gefragt, ob ich das sagen kann, was das so, wer trägt das? Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Ja, ja, und dann sagte sie spontan, ich bin sehr froh, dass es eine Dame gesagt hat und nicht ich, ja, das ist so die Farbe des letzten Versuchs. Lila, ja klar, den Spruch gibt es. Da sind dann so mittelalte Damen, die es nochmal wissen wollen und die dann so ein komisches lila Kleid anziehen und so flache Schuhe, die doof aussehen und dann in die Fabrik zu Rosenstolz gehen, um der Hoffnung da noch eins zu kriegen. Schönen Gruß an deine Freundin, die muss auch mal vorbeikommen. Alter Schöne. Aber das ist natürlich, das ist natürlich eine Klientel für diese Parteien, die so ein bisschen diffus sind und unentschlossen. Und hier bei den ganzen kleineren, es gibt ja nicht umsonst eine Partei, die heißt die Violetten, die haben sich auch diese Farbe gekreilt. Weil das ist so, das ist so dieses Milieu, das ist natürlich jetzt wahnsinnig chauvinistisch, dass ich das so erzähle, aber wir reden auch ganz viel über. Hast du aber geschickt gemacht, dass du deine Freundin da mit reingezogen hast. Ich bin euch auch sehr dankbar, dass ihr mir diese Steilvorlage geliefert habt. Christian, ich glaube, was wir auf jeden Fall erreicht haben in den letzten 40 Minuten, hätte ich gar nicht gedacht, dass wir so viel darüber reden können, weil es ist wirklich auch so abwechslungsreich. Wir müssen die Plakate ja für unsere Hörer auch erstmal beschreiben, geht ja auch ein bisschen von der Zeit ab. Aber ich glaube, jeder, der jetzt zugehört hat, wird, egal ob er deiner Meinung ist oder nicht, die Plakate am Straßenrand mit anderen Augen sehen. Also das haben wir definitiv erreicht, weil man sich jetzt doch nochmal über ein, zwei andere Sachen Gedanken macht, als einfach nur versucht, dieses Plakat sich anzugucken und das war's. Also man macht sich, da klickert's schon ein bisschen oben im Kopf. Christian, ich sag vielen, vielen Dank. Eine Sache, Sie sollen bitte nicht nur die Plakate betrachten, sondern das so stattfragen. Sie sollen wählen gehen. Genau, so stattfragen sollten wir sein, bitte wählen gehen. Deswegen glaube ich auch, dass wir dem demokratischen Prozess, glaube ich, heute einen großen Gefallen getan haben. Im Prozenten kann ich das nicht ausdrücken, aber ich finde, sich damit so zu beschäftigen, ist eine wichtige Sache. Und wir sind ja sehr dankbar für die Demokratie, die wir haben. Also am 9. Juni zweimal wählen, gar keine Frage. Also das ist, glaube ich, gesetzt. Und ansonsten, Christian, dir vielen Dank. Und ich möchte noch einen Hinweis auf morgen machen. Morgen haben wir ein ganz anderes Thema, aber ich glaube, es ist ähnlich kontrovers in den einigen Punkten, nämlich das Thema Elterntaxis. Morgen bei Hamburg, am Morgen hier bei uns im Abendblatt-Podcast. Bis morgen und bye-bye. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.